Woher guckt die denn jetzt plötzlich? Jetzt kommen sie von da, damit sie abschießen kannst. Nein, 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 das geht ja mal gar nicht. Die genug Kuhlund gibt's nicht. Das ist verboten. Was? Boah, hier liegt alles voll mit Zeugs. Boah, ich hoffe doch, dass es jetzt vorbei ist hier. Ja, es geht ja gleich weiter dann. Oh, noch so eine S&S. Munitions, Waffe. Ich find's gut, wie ihr Name halt gleich sagt, wofür sie stehen. Für Munition. Crazy Munition. Uff, was hab ich jetzt aufgenommen? Ja, okay, danke fürs Geld. Ein Double Repeater? Der schießt zweimal gleichzeitig. Alle nicht gerade sehr wertvoll, außer der. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hier sind auch so Medikits, nimm mal auf. Ich hab schon volle. Achso, André, ja. Sollte es vielleicht tun. Wo, 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 wo. Hier siehst du doch an den roten Strichen. Hier gerade keine roten Striche. Da drüben. Zack, 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 zack. Hier ist auch noch eins. Das sind oranges. Hier. Leider geht das nicht. Aber da oben werden uns noch mehr Gegner erwarten. Andere Richtung zuerst. Da geht's nämlich weiter. Aber wir wollen ja nicht noch die andern Sachen ausprobieren. Okay. Mehr Spielzeug. Wo bist du denn? Achtung, Schläger. Wo denn? Weiter oben und dann halt die nach links, nicht nach rechts. Hey, Psychopath! Hallo! Ich glaub, der Charakter Rick ist mehr der Verrückte. Moment, war das alles? Ah, dann hol ich mir mal die Kiste, die da liegt. Oh, wow. Das sind eine ganze Menge Kisten. So, was ist hier drin? Bestimmt auch wieder eine... Oh! Die Waffenkiste. Hier ist eine Pumpkan drin. 36 mal 11 Schaden. Oder 11 mal 36. Nee, man ist schnell. Ich glaub, die hat dreifach Schuss noch. Hm, ich weiß nicht, ob das besser ist. Da nehm ich doch lieber noch meinen Battle Stomper. Oh, hier ist noch ne Kiste. Alles voll mit Kisten. Ist da Munition, ja? Oder irgendwas Interessantes. Kommen wir da oben auch rauf? Ich glaube nicht, nee. Ich hab noch niemanden gesehen, der da oben drauf war. Ich hab gar keine benutzt. Einfach durch die Waffen schalten hier. So, dann wollen wir weiter, oder? Ja. Fast schon im Eigenklang geschossen haben. Oh, Sniper rifle Kenntnisse. Plus eins. Oh, der ist rausgerannt. Oh, 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 oh. Ach, krass. Okay, ich muss weiter. Ich muss. Muss weiter. Okay, hier sind zu wenig Gegner. Das ist so fies. Alles leer und jetzt, jetzt sehe ich den ersten Gegner, greif ihn an und dann hört es wieder auf. Ne, ich hab noch einen gekriegt. Jetzt darf ich aber wieder zurückrennen. Ach, ihr seid schon hier. das macht was das tut uns weh echt schnell sein ja das bestimmte dagegen ist hier er ist auf jeden fall das ist schon mal ganz klar der ist knallhart so richtig klar der mit dem kubi ja und andere aus der wiese es kommt vom atomieren hier es kommt auf keinen fall von irgendwelcher strahlung oder so nein niemals war das gleiche oder nee da ist noch ein gegner er auf weg zu rennen hat doch keine angst ich will doch nur dich umarmen mit meinen fäusten freehugs wo kommen die schüsse ich habe mich schon gewundert wo der herkam hier ist noch mehr am kann ich kriege immer ein bisschen schaden guck so durch die gegend da drüben macht die oh lack nachladen oh schau 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 wie sie alle umfallen schau 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 die hau schau 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 Naja, ich weiß nicht, vielleicht droppt noch ein bisschen was. Da kommt schon was. Das wackelt auch wie sonst was. Ich glaube, er kann einfach nicht Sniper-Nader-Charakter. Okay, ich bin überzeugt, ich hätte treffen müssen. Dann geht's halt nicht an, das muss ich halt voll drauf berserkern. Ja, ja, es ist echt schön. Das war schon wieder alles. Wow. Nachlarn. Ja, ab geht. Ach, und sobald ich dann wieder um die nächste Ecke gehe, geht's wieder los. Fuck. Du kriegst Damage. So, wenn der Revolver wenigstens ein Ziefenrohr hätte, dann wäre ich schon ganz glücklich. Hier drin. Mal gucken, weil es hier drin ist. Kissen. Was ist das obere? Oh, okay, ist für Level 19. Die Shotgun, naja. So doll sind die Sachen auch wieder nicht. Hä, wo geht's eigentlich hier hin? Achso, hier geht's nochmal einmal außenrum. Zack. Tschüss. Was, was, was? Pfff. Ich will einfach nach oben wohl fahren, dann ganz alleine. Kann ich hier nämlich wieder alles verkaufen. Der hat zwar einen Waffensum, aber macht weniger Schaden, nee. Die kommen auch weg. Der auch. Eben hier sind auch an den komischsten Orten, oder? Ja. Naja, irgendwo müssen sie ja sein, nicht? Und hier sind sie ganz praktisch für uns gesetzt, glaube ich. Nee, ist auch nichts. Mann, hier gibt's nichts, was ich gebrauchen könnte. Munitionsmäßig bin ich noch ganz gut aufgestellt. Schade, dass es hier keinen Waffenladen gibt. Der ist irgendwie praktischer. Ich kann aus Fenster gucken. Hallo. Hallo, irgendjemand. Nö. Irgendwie nicht. Oh ja, hier sollten wir noch ein bisschen warten. Es hat einen starken Schild, den du schwächen musst, bevor du es verletzen kannst. Pass auf, dass es mich nicht berührt. Dass es mich nicht berührt, aber ich bin Berserker. Was soll ich denn machen? Au, lass warten. Lass uns mal kurz noch warten. Mein Health ist noch nicht ganz aufgeladen. Wollen wir auch nicht. Warte. Oh, cool. Dann warten wir bis das aufgeladen ist, würde ich sagen. Sicher ist sicher, der Gegner ist nämlich doch nicht so ohne. Der gibt uns auch Munition, glaube ich. Äh, ja, tut er. Soll ich vielleicht meinen Revolver auswählen? Der braucht ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe irgendwie 550 oder so. Plunk. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Warum sind da Rohre dran? Zum Stützen? Und dann diese Ketten? Auf mit der Strom. Ja. Warum machst du denn eine Maske auf? Schnell Beweisung abgeschlossen. Ja. Stimmt auch wieder. Ja, 550. Wir können aber jetzt... Seid ihr fertig? 550? Ist deine Fähigkeit aufgeladen? Nee, Hälfte. Dauert ganze Weile, bis der Strom wieder bereit ist. 561, 562, 63. Oh. Wow, es hört immer noch nicht auf. 568 HP habe ich. Jump, jump. Warum kann man den Spind eigentlich nicht öffnen? Der ist nur auf die Seite gefallen. Komm schon. Äh. Es geht nicht. Ding jetzt. Was ist das eigentlich? Ist das alles Lava unter uns? Ja. Müsst du das nicht ein bisschen verdammt heiß sein? Das ist Orangensaft. Achso. Ein Orangensaft. Weh. Ich glaube, das sind einfach zwei Lagen von Texturen, die übereinander laufen. In gegengesetzter Richtung. So sieht das aus. Okay. Jetzt bist du aber soweit, oder? Warte. 3, 2, 1, und... Okay, nee, schon rein. Ich glaube, das liegt dann auch. Ja, ist ja gleich fertig. Lass uns beide in Seiten nehmen. Okay. Steht entweder oder, also nehmen wir beides. Das ist halt so total sinnlos. Hier brauchen wir auch noch mal. Oh, jetzt geht's los. Oh, eine Fehler. P.S., ihr seid keine Freunde. Sie ist legit. Oh, komm schon. Ja, er macht viel, viel, viel Schaden. Moment, hinter uns ist er? So, der ist down. Ja. Okay, ich lenke Sledge mal ein bisschen ab, ne? Ey, ich brauche mal Hilfe. Indri. Er ist immer so freundlich. Sledge ist abgelenkt. Okay. Ich mache ein bisschen Schaden an ihm. Aber nur ein bisschen. Oh. Der bricht sogar dabei. Ist ja scheeese. Okay, okay, wow. Instant. Nachladen. Ah, warum stirbst du nicht, Sledge? Ja. Hihihihi. Ich habe ihn getötet. Sind hier noch Gegner? Ach, dann wäre ich nämlich sofort wieder umgefallen. So ein schlechtes Ding. Ja, ja. Also 11 mal 57 Schaden ist extrem. Geld. Sehr viel Geld. Perfekt für mich. Das ist fast ein Rackermann-Verlob. Warte. Ich sag dir ja, die kann mal existieren. In dieser Zeit und an diesem Ort. Was du in Händen hältst, ist der Schluss mit seiner Kamerung. Zum letzten Teil davon. Sie ist halt kein Stück verdächtig, ne? Ich würde dir auf jeden Fall immer trauen. Ich meine, sie ist eine Frau. Das kann gar nicht. Das kann gar nicht anderes sein. Man muss sich vertrauen. Gut, machen wir ganz kurz Pause. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Meine Eltern sind da. Weil ich bin, wollte ich ja eigentlich schon nie von einer... ...karteizierten aufhören. Und ihre Suche nach der Kamer informieren. Und dann wird, dass sie umgehend begonnen haben, die Einheimischen zu füchten. Dieser Planet untersteht der Atlas-Cooperation. Und jedes eridianische Artefakt gehört Atlas. Der Besitzer der solchen Artefakt zieht hohe Streifen nach sich. Ich fadere sie auf, sich am nächsten Land außer Posten zu stellen und alle etwaigen Informationen oder Artefakte zu übergeben. Betreffene sie dies als erste und letzte Warnung. Okay, jetzt. Ich musste das noch durchlaufen lassen. Ja, ja, ja. Okay, jetzt.